Ich bin schrecklich gerne gekommen, einfach nur um mal zu hören, was so Kinder im Alter von 10, 11 bis 16, 17, 18 Jahren so anstellen. Junge Leute, muss man in den letzten Fällen sagen, aber in den ersten habe ich gedacht, ist es so wie zu meiner Zeit als Klavierlehrer. Ich glaube, es ist ganz anders. Wenn ich das höre, was da gespielt wird, dann möchte ich nach Hause gehen, meinen sündhaft teuren Steinweh mit meiner Laubsäge konfrontieren und Zündhölzer draus machen. Denn die berühmte Frage, Herr Alsmann, spielen Sie auch Klavier? Muss ich nach dem Anhören der Teilnehmer dieses Konzerts beantworten mit Nein, leider nicht. Ich war sehr beeinflusst, beeinflusst bei verschiedenen Dingen, bei der Qualität der Pianoplayer, ich war sehr beeinflusst bei den wunderschönen Persönlichkeiten der Jungs. Man kann natürlich klar sehen, dass die sehr jüngsten von denen, 10, 11, 12 Jahre alt sind, die meisten uninhebten, die einfach ausgeliefert waren. Musik 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 The experience was very special for me, because mostly I played at competitions, so the atmosphere was very different. It was very calm in some way. I was nervous, but I was mostly excited. It was very nice to play. I really enjoyed it. Musik 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 In der Anfang, ich war ein bisschen nervös, wegen der Leute, die kommen. Sie sagten mir, dass es 1,600 Personen gab. Aber als ich auf die Städte gekommen bin, alles war magisch und ich war sehr glücklich, dass ich dort bin. Die Stadt in der Mitte des Jahres war. All in all, sie hatten alle die gleiche Qualität. Sie waren alle sehr dignifi-repräsentativen der verschiedenen Ländern. Die Publikum lief sie, sie geniogte es. Only Hippie people, what more can you ask? It was absolutely amazing, till now I've never played for so many people in such a large concert hall, so it's very special.